Die Situation ist jetzt so, wie sie sich seit gestern Abend entwickelt hat, eine dramatische, um nicht zu sagen, eine sehr gefährliche dort in der Region, in der Ukraine, im Osten der Ukraine. Zunächst der Vollständigkeit halber. Wir haben gerade die Reaktionen von Annalena Baerbock gesendet und gespielt. Gab es darüber hinaus weitere Reaktionen von der Bundesregierung? Also von der Bundesregierung offiziell ganz direkt haben wir die noch nicht vernommen. Da sortiert man sich, glaube ich, gerade noch. Man will dem Ganzen wohl nicht vorweggreifen. Es geht ja um die Frage, Sie haben ja die ganze Zeit darüber berichtet, es geht um die Frage, wie reagiert der Westen nun? Und da will man ja auch die Geschlossenheit der NATO, die Geschlossenheit der Europäischen Union nicht gefährden, will sich da eng abstimmen. Um 9.30 Uhr kommt man da ja in Brüssel zusammen. Aber auf mich persönlich wirkt diese Erklärung von Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, die wir ja gestern Abend so gegen 22 Uhr erlebt haben, doch ein wenig hilflos. Und sie gerät da auch unter Druck der eigenen Parteifreunde, würde ich sagen. Hilflos in dem Sinne, dass sie sagt, das Minsk-Friedensabkommen müsse wiederbelebt werden. Sie fordert den russischen Präsidenten dazu auf, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Und ich glaube, kein Mensch rechnet damit, dass Wladimir Putin irgendetwas in dieser Richtung tun würde. Und sie gerät unter Druck der eigenen Seite, beispielsweise von Cem Özdemir, dem Landwirtschaftsminister, ein Mann mit großer außenpolitischer Expertise. Viele hätten ihn auch gerne als Außenminister gesehen. Der hat heute Morgen im Deutschlandfunk bei uns im Programm erklärt, ja, jetzt muss alles auf den Tisch und Nord Stream 2, das ist ja das ganz große Thema, gerade aus deutscher Sicht, Nord Stream 2, diese Pipeline, kann nun auf keinen Fall in Betrieb gehen. Welche Signale, Herr Kappellan, kommen denn von den anderen Parteien der Ampel, sprich von den Sozialdemokraten und den Freidemokraten, vor allem was jetzt diese Pipeline angeht? Gibt es da schon irgendwelche Signale am Tag danach? Ja, das wird interessant sein, das zu sehen heute Morgen. Da haben wir auch noch keine offiziellen Erklärungen von der SPD-Spitze, aber ich erinnere daran, dass vor genau einer Woche, heute vor einer Woche, Olaf Scholz in Moskau war und da hat die SPD, namentlich Saskia Esken, die Parteivorsitzende, es als großen Erfolg gefeiert, dass es da von Wladimir Putin in der Folge dieses Gespräches Entspannungssignale gegeben hat. Wir erinnern uns, Putin hat dann einen Truppenabzug angekündigt und heute muss man glaube ich sagen, also die deutsche Diplomatie und nicht nur die ist völlig gescheitert. Alle Bemühungen, Putin zur Raison zu bringen, haben nicht gefruchtet und da wird es nun interessant sein zu sehen, wie man das Ganze nun interpretiert, welchen Sanktionskatalog man anwendet. Und ich glaube, die westlichen Partner werden auch darauf drängen, dass man Nord Stream 2 da mit auf den Tisch legt. Aber wir wissen, die Sozialdemokraten haben bis zuletzt davor zurückgeschreckt. Die Definition war bisher, dass man gesagt hat, sobald russische Panzer die ukrainische Grenze überschreiten, müssen all diese Sanktionsmaßnahmen auf den Tisch. Der Kanzler Olaf Scholz hat ja gesagt, es muss alles auf den Tisch, also auch Nord Stream 2, auch wenn er das lange Zeit nicht so offen formulieren und in den Mund nehmen wollte, das Wort dieser Gaspipeline. Aber meiner Ansicht nach kann jetzt auch der Bundeskanzler gar nicht mehr anders, als diese Karte wirklich zu ziehen. Aber wie gesagt, möglicherweise wird es dann auch noch unterschiedlich interpretiert, ob das jetzt nun eine Verletzung der Integrität ist der Ukraine, in dem Sinne, dass man jetzt schon reagieren müsste, oder ob man sagt, es ist ja nur der Osten der Ukraine und der war im Prinzip ja sowieso verloren. Unterschiedlich interpretiert wird möglicherweise in der Ampelkoalition, in der Regierung, auch das, was ja schon am letzten Wochenende in München bei der Sicherheitskonferenz anklang, nämlich auch bei Olaf Scholz. Das war, ich sage jetzt mal salopp, die In-Aussicht-Stellung eines Anstiegs des Verteidigungsetats. Glauben Sie, dass diese Diskussion nach der Rede von Putin gestern und nach den Aktionen, die wir in der Nacht erlebt haben, dass diese Diskussion jetzt in der Ampel an Fahrt aufnehmen wird, also sprich doch die Erhöhung des Rüstungsetats in diesem Jahr und in den nächsten Jahren? Also ich glaube nicht, dass es da noch große Diskussionen wird geben müssen. Meiner Ansicht nach ist das entschieden. Und ich habe auch den Bundeskanzler so verstanden, der vor Weihnachten kurz nach seiner Wahl schon gesagt hat, wir haben in den vergangenen Jahren anders als geplant, anders auch als von vielen Parteifreuden in der SPD vorgesehen, wir haben eine stetige Erhöhung des Verteidigungshaushaltes erlebt. Daran werden wir festhalten. Wir müssen da mehr investieren. Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, Sozialdemokratin ebenfalls, hat ja in München auch gesagt, wir stoßen schnell an unsere Grenzen, wenn wir nun auch im aktuellen Konflikt weitere Maßnahmen einleiten werden müssen. Also da ist man ja beispielsweise jetzt in Vorleistung gegangen, dass man gesagt hat, wir verstärken unser Kontingent in Litauen, schicken mehr Bundeswehrsoldaten dahin. Aber ich glaube, es gibt sicherlich auch einen psychologischen Aspekt gewissermaßen, dass die Bundesrepublik sich weiterhin weigert, Waffen in die Ukraine zu liefern. Dabei wird es wohl auch bleiben. Und mit Hohn und Spott wurde aufgenommen, nicht nur in der Ukraine, sondern auch bei den NATO-Partnern, dass Deutschland 5000 Helme liefern wird. Und ich glaube, da wird man jetzt versuchen, die Verteidigungsausgaben oder wird es tun müssen, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, um NATO-Verpflichtungen nachkommen zu können. Ich denke beispielsweise an die Nachfolge für den Tornado, der ja auch Atomwaffen im Sinne der Amerikaner beispielsweise auch aufnehmen und in mögliche Ziele fliegen soll. Da geht es um den F-35, einen amerikanischen Kampfbomber. Da braucht man eben sehr, sehr viel Geld und man muss da ein Zeichen setzen. Ja, wir kommen unseren NATO-Verpflichtungen nach und wir gehen jetzt doch in Richtung 2-Prozent-Ziel, also 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Momentan sind wir da roundabout bei 1,5 Prozent. Meiner Ansicht nach wird sich das ändern und es wird keinen Weg daran vorbeiführen, angesichts der Ukraine-Krise, des drohenden Krieges nun weiterhin mehr Geld in die Bundeswehr zu stecken. Herr Kappellan, zum Schluss und unterm Strich, hat Olaf Scholz, hat die Regierung denn den Rücken frei, haben die handelnden Personen den Rücken frei in ihren Parteien um die offenbar jetzt notwendige Diskussion, Sie haben ja die Richtung beschrieben, um diese Diskussion zu führen? Ja, ich glaube schon, dass sich das aus der dramatischen Zuspitzung der Ereignisse so ergeben wird. Also ich habe es ja angedeutet, also auch die Signale, die wir von den Grünen hören, Annalena Baerbock hat sich da noch diplomatisch zurückgehalten, aber sie hat ja auch eine wertegeleitete Außenpolitik angekündigt. Das hat man so im Koalitionsvertrag vereinbart. Und was, bitte schön, sind europäische Werte, internationale Werte, wenn man jetzt nicht geschlossen auf diese bevorstehende Intervention und den Bruch des Völkerrechtes reagiert? Und ich denke, man muss einfach stärker reagieren. Und es gibt ja viele, die auch in Deutschland gesagt haben, man hätte es schon längst tun müssen. Man muss stärker reagieren auf diese erneute Eskalation durch den russischen Präsidenten, als man das 2014 nach der Annexion der Krim getan hat. Sie haben darüber berichtet, die Wirtschaftssanktionen, die damals verhängt worden sind, haben eben, ich glaube, Sie haben es so formuliert, ein müdes Lächeln nur abgerufen, dem russischen Präsidenten. Ich glaube, da wird man jetzt ein Zeichen setzen müssen, dass das nun eine härtere Reaktion des Westens mit sich bringen muss. Ja, wir werden sehen, was der Tag in Berlin und in Brüssel da heute noch so bringt. Frank Kapillan war das vom Deutschlandfunk. Ich sage herzlichen Dank in die Hauptstadt und vielen Dank für diese ausführlichen Analysen an diesem Dienstagvormittag. Ich danke auch. Tschüss.